willkommen bei ich rauche nicht ja heute ein review ein bisschen etwas anderes wieder kein klassischer akkuträger kein klassischer verdampfer nein auch kein pot system heute sprechen wir über eine e pfeife die e pipe und zwar das teilchen hier jox e pipe nex classic ja so heißt dieses stück um das geht es heute preis 169 99 ich habe mir dieses stück auf der hold of web mitgenommen und ehrlich gesagt vergessen ein passendes triptipp dazu mitzunehmen hätte es wahrscheinlich dort gegeben zu hause dann geschaut also denkt bitte daran wenn ihr eine e pfeife generell kauft und da in diesem set eben kein triptipp dabei ist legt euch etwas zu fragt dann gleich beim händler ich war irgendwie zu langsam habe das dann in einem shop in wien nachgekauft auch keine problematik aber kurzfristig ärgerlich die variante die ich hier habe ist aus nussbaum und jetzt schauen wir uns dieses gerät hier mal näher an das hier ist aus einem stück gefertigt zu 100 prozent handarbeit aus deutschland in diesem akkuträger ist nichts regelbar sprich es ist ein mechanischer akkuträger also nichts für einsteiger allerdings ist hier ein chipset verbaut der doch ein paar sicherheitsvorkehrungen beinhaltet dazu später mehr was kommt hier eben mit gut wir haben hier die pfeife auf der hold of web auf der messe habe ich das in diesem eigentlich nicht sehr schönen paket hier bekommen da war auch sonst nicht mehr viel da drinnen zu finden eben einfach nur hier so die bezeichnung hier eben nussbaum auf der seite nicht die hübscheste verpackung die ich jemals gesehen habe die pfeife kommt mit mit einer achtung 18 500er cap und einer feder das heißt das denn schon wieder ja das teil hier wird normalerweise mit dem 18 500er akku betrieben und dazu eben dieses teil und um das hier mit einem passenden kontakt zu versehen gibt es eben hier diese feder so sieht das jetzt hier aus im auslieferungszustand mit dazu eine tasche die ich nicht dabei hatte also wahrscheinlich messebedingt aber ich hatte hier kein täschchen mit dabei den akkudeckel habt ihr jetzt schon gesehen eben achtung 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 18 500er akkus sind natürlich jetzt hier nicht die gängigsten im bereich des dampfens die meisten haben 18 650er und da gibt es zum glück auch eine lösung eine cap für 18 650er ganz einfache verpackung so sieht das dann aus und mit dem 18 650er cap oder mit der ist das ganze dann folgendermaßen den akku mit plus nach unten einlegen und verschrauben so sieht das jetzt eben aus mit dem 18 650er deckel mit 18 500er akku und dem entsprechenden deckelchen hier läuft das teil ab einem widerstand von 0,5 ohm in dieser variante mit 18 650er akku ab 0,2 ohm der körper ist zusätzlich noch sand gestrahlt und hat somit auch noch ein besseres holzgefühl wenn man hier darüber streicht der 15 anschluss und der gewindering sind verschraubt der pluspol ist eine eigene platine und sorgt somit für eine bessere performance die handarbeit ja nachdem das hier im handarbeit ist ist natürlich auch jedes stück quasi ein unikat keines sieht von der maserung her genau gleich aus zu dem anderen teil hier auf der seite haben wir einen sensor ja das ist kein druckknopf also da müsst ihr nicht hinein drücken einfach nur mit dem finger mit irgendetwas von eurer hand hier drauf berühren und der sensor hier wird aktiviert ich gebe jetzt hier einen verdampfer hier oben auf mit dem passenden triptipp natürlich so sieht das ganze dann aus also wie ist jetzt hier die bedienung nein wenn ich hier auf diesen sensor drücke passiert gar nichts noch das reicht nicht aus jetzt zwei wichtige dinge laut beschreibung finger hier auf den sensor und mit irgendeinem anderen teil hier oben man hört es jetzt schon hier oben auf die kappe greifen dann feuert ihr noch etwas ist mir aber aufgefallen bei manchen verdampfern einfach nur auf den sensor und anziehen das bedeutet die berührung und die weiterleitung hier ergibt quasi hier dann den kontakt zur masse eigentlich sollte man hierhin greifen hier und es geht hierhin greifen hier und es klappt ebenso ich nehme jetzt mal hier einen anderen verdampfer beispielhaft hier den chariot hier drauf jetzt mal noch nicht das triptipp hier kann ich den kontakt herstellen funktioniert nicht funktioniert nicht sensor kappe es funktioniert wechseln wir mal das triptipp sieht dann so aus das ganze hier versuchen wir es jetzt 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 funktioniert es also hier mit diesem verlängerten triptipp kann ich den kontakt herstellen ist hier auch bis unten metall das sieht man hier vielleicht und hoffentlich ja das hier ist metall habe ich hier kunststoff habe ich eben dann nicht die leitung ja das heißt ein kunststoff triptipp wenn ihr sowas benutzen möchtet dann bitte daran denken dann geht es eben nicht dass ich hier einfach nur so anziehe weil ich dann keinen kontakt herstelle sensor verdampfer also nicht hier aufs glas sondern auf einen metallischen teil dann habe ich wieder den kontakt also bitte beim triptipp kauf darauf achten wenn ihr das auf die wahrscheinlich eleganteste lösung lösen wollt einfach hier sensor und dann nur daran anziehen dass dieses triptipp hier auch aus metall gefertigt ist ja gerade hier der untere teil muss natürlich hier auch dann aus metall sein ja dann funktioniert es die platzierung vom sensor finde ich sehr sehr gut gelungen für rechtshänder auf jeden fall weil man dann natürlich hier einfach hier seinen zeigefinger hier ablegt und nicht mal daran denken muss den hier wieder weg zu bewegen man kann hier oben bleiben bei linkshänder funktioniert es aber eigentlich ebenso denn dann kommt eben dann dieser sensor hier viel mehr einfach hier am ballen des daumens an also in beiden fällen wunderbar zu dampfen alles in allem gibt es hier keine großen beschwerden eigentlich gar keine beschwerden es liegt wirklich super in der hand größentechnisch liegt natürlich hier an der größe eurer hand keine ahnung ob das für euch auch dann ideal ist und wir sprechen hier natürlich mehr über ein gefühl und nicht über fakten ja hart gesagt es ist ein mechanischer akkuträger mit einem verbauten chip fertig ja alles klar also hier spricht man jetzt vielmehr nicht den ehemals eher nervösen zigaretten raucher an sondern eher den entspannten pfeifen rauch also ein bisschen so Sherlock Holmes like wieder mal polizei bei mir wahrscheinlich nicht wegen mir ich habe selber auch pfeife geraucht und deswegen ist das hier ideal gerade für zu hause ich nehme so ein teil nie mit für unterwegs sowas hier ist wirklich entspannt zu hause zu dampfen ich hoffe sie haben ihn dann bald wie immer es liegt an euch ob das hier etwas für euch ist oder eher nicht also preis leistung finde ich hier wirklich mehr als fair das gebotene ist tadellos die optik ja müsst ihr eben hier selber entscheiden handgefühl eine römische eins der chipsatz der hier verbaut ist hat natürlich einen kurzschluss schutz hat einen tiefen entladeschutz und ebenfalls einen verpol schutz also alles mit an bord was man hier eigentlich so brauchen kann deswegen ein bisschen revitiere ich um ehrlich zu sein die vorhergehende aussage mit auf gar keinen fall für anfänger ja man muss auf jeden fall hier eines bedenken wickel anfänger die hier über 0,5 ohm hinwickeln 06 07 08 bis 1 ohm oder sogar darüber hinaus wird es hier keine probleme geben schreibt mir eure meinung generell zu e-pipes sind solche teile hier für euch interessant oder nicht und sagt ihr vielleicht irgendwie naja sieht mir ein bisschen zu altmodisch aus ich stehe genau auf diese optik ich mag hier auch diese nussbaum variante da gab es natürlich auch noch andere dann dort also ich dampfe jetzt weiterhin vor mich hin mit diesem teil im besten fall noch mit einem gläschen wein in der hand oder so 14 uhr ist mir noch ein bisschen zu früh aber es ist genau etwas für mich und genau etwas für mich zu hause ja ich finde das immer zu schade und auch ein bisschen zu globig um es zu transportieren so ging es mir aber auch früher mit der klassischen tabakpfeife eines noch klassische tabakpfeifen raucher die vielleicht jetzt umgestiegen sind auf eine e-zigarette und sich jetzt eben mal vielleicht eine e-pipe kaufen wollen bedenkt bitte eines es gibt natürlich hier die situationen beim tabakpfeifen rauchen dass man die pfeife hier ganz locker so im mund hier drinnen lässt hier mit den zähnen hält und dann so unterwegs ist wird hier nicht funktionieren sie ist einfach zu schwer der schwerpunkt ist hier natürlich hier im bereich vom akku ja und da da macht ihr euch maximal die zähne kaputt mehr nickt ja gut einmal noch dampfen dass die ausgegebene leistung abhängig ist von der wicklung ist selbstverständlich und auch abhängig ist von eurem akku und dem akkustand stichwort mechanisches dampfen gut das war's für heute das war jocks e-pipe nex classic schaut auf die webseite da seht ihr alle variationen die es von diesem handgemachten teilchen hier gibt hat euch das video gefallen abo abschließen like da lasse glocken aktivieren und so weiter irgendwo versprochen egal bis zum nächsten video macht es gut tschüss bis zum nächsten video bis zum nächsten video